Shower Thoughts, also Duschgedanken, sind plötzliche Eingebungen, die dir vor allem kommen, wenn du, Achtung, Überraschung, unter der Dusche stehst. Theoretisch ist unter der Dusche zu stehen allerdings keine Notwendigkeit, um einen Duschgedanken zu haben. Hier mal drei Beispiele und weitere folgen natürlich später. Wenn du dich hinlegst, um zu schlafen, starrst du anschließend ca. 8 Stunden lang die Innenseite deiner Augenlider an. Wenn Zeitreisen funktionieren würden, würden einige Momente der Geschichte unter Übertourismus leiden. In unserer Gesellschaft hat Alkohol und Drogen aufzugeben einen höheren Stellenwert, als nie damit angefangen zu haben. Solche Gedanken hat man typischerweise nicht, während man eine Netflix-Serie guckt oder arbeitet oder mit Freunden unterwegs ist. Sowas passiert eher, wenn es keine Ablenkungen gibt und der Geist wandern darf. Etwas, was weniger und weniger passiert an unserer modernen Welt. Unter der Dusche zu stehen, ist manchmal der einzige Moment des Tages, an dem du dich nicht ablenken kannst. Keine Gespräche, keine Snacks, keine Podcasts, keine Kurzvideos, keine Nachrichten. Nur das Geräusch des Wassers und der Prozess des Reinigens. Aber es geht nicht nur darum, keinen Input zu haben, sondern auch darum, nichts produzieren zu müssen. Keine cleveren Kommentare, keine Arbeitsleistung, keine Aufmerksamkeit. Einige Menschen kreieren ähnliche Momente durch Spaziergänger oder Sport. Wie gesagt, du musst nicht zwingend unter der Dusche stehen. Aber wahrscheinlich ist das eher die Ausnahme und die überwiegende Mehrheit der modernen Bevölkerung verpasst es, jemals ohne Ablenkungen zu sein. Denn das ist ja langweilig, oder? Tja, ich bin der Meinung, du musst hin und wieder Langeweile spüren. Denn den Geist wandern zu lassen, gehört zu den grundsätzlichen Erfahrungen des Menschseins. Also ja, Duschgedanken sind mehr als nur ein Internet-Meme. Wenn wir ehrlich mit uns sind, sind Duschgedanken für viele Menschen das letzte bisschen Zuflucht vor einer überlauten, überkomplexen und überfordernden Welt. Langeweile ist eine Seltenheit geworden. Und das ist ein Problem. Denn unser Geist muss sich regenerieren und er muss verarbeiten. Hast du schon mal eine heftige Erfahrung, wie einen Streit oder einen Schreck erlebt? Mit Sicherheit. Wenn du anschließend sofort mit deinem Leben weitermachst, lässt dich das nicht los. Du versuchst, dich abzulenken, aber es kehrt immer wieder zurück. Lässt du der Erfahrung aber etwas Raum, nimmst du ihr die Kraft. Du betrachtest das Problem aus einem neuen Winkel, atmest hoffentlich tief durch und hörst auf, dich dagegen zu wehren. Wenn du das nicht sofort machst, stehen die Chancen gut, dass du irgendwann in deinem Leben an den Punkt zurückkommst. Dann wahrscheinlich im Büro eines Therapeuten. Klar klappt das Empfinden und Verarbeiten nicht immer. Aber wenn du die Wahl hättest, einen Spaziergang im Grünen nach einem großen Schreck zu machen oder doch mit der Bahn in die Stadt zu fahren und dich mit Shopping abzulenken. Sei mal ehrlich, was würde dir wirklich gut tun? Und was würdest du wählen? Dr. K. von Healthy Gamer GG, ein englischsprachiger YouTuber und Therapeut, hat folgendes Beispiel gewählt. Wenn du früher auf der Jagd warst und dein Kumpel trifft perfekt, du schießt den Pfeil aber ins Nirgendwo, dann hattest du anschließend viel Zeit, um diese Frustration zu verarbeiten. Während des Rückwegs zum Camp oder zum Haus hat sich dein Gehirn damit befasst, wie du dich fühlst. Die sogenannte Leerlaufzeit war unweigerlich Teil des Lebens, weil es nun mal keine Ablenkungen gab. Doch von diesen Minuten oder Stunden, in denen wir unseren Gedanken nicht entkommen können, fürchten sich viele Menschen mittlerweile. Das gibt natürlich kaum jemand zu. Aber nur weil es keine allumfassende, verschlingende Panik ist, heißt das nicht, dass wir nicht wenigstens stark besorgt sind, was passiert würde, wenn wir den Ablenkungen der moderne Entsagung. Und aufgepasst, nicht nur die negativen Erfahrungen sind in Gefahr. Auch deine positiven Erlebnisse sind ein Punkt auf einer To-Do-Liste. Warten wir noch Woche für Woche auf eine neue Folge einer Serie? Oder gucken wir drei, vier Staffeln, ähm, Folgen am Stück? Investieren wir Zeit und Mühe in die Datingphase mit einem Partner? Oder swipen wir fleißig weiter auf der Suche nach etwas Besserem? Ist die Zeit mit Freunden oder der Familie genug, um uns gut zu fühlen? Oder muss der Alkohol schon fließen, um gemeinsame Zeit zu schätzen und Spaß zu haben? Was zu genießen, heißt auch, darin zu verweilen. Das ist meiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem Glücksmoment und dem Gefühl von Zufriedenheit. Glücksmomente sammeln wir ohne Ende. Kurzvideos, Einkäufe, Zuckerhochs oder Likes. Aber echte Zufriedenheit, die auch beständig gegen Unheil ist, die tritt nicht nur in einem Moment auf. Die wird aufgebaut und verdient. Wenn wir heutzutage über kreisende Gedanken oder Overthinking sprechen, ist das fast immer negativ gemeint. Oh, ich kann mich nicht konzentrieren, ich mache mir Sorgen um meine finanzielle Sicherheit. Ich kann nicht mitlachen, ich glaube, ich habe gerade etwas Dummes gesagt. Wieso bin ich nicht glücklich? Aber wandernde Gedanken können absolut auch positiver Natur sein. Oder neutral. Die Beispiele sind gar nicht so schwer zu finden. Wenn dich ein Film richtig berührt hat, denkst du doch oft noch Stunden danach daran, oder? Wenn du verliebt bist, lässt dich der Gedanke an die Person nicht mehr los. Wenn du mit deinen Freunden eine tolle Zeit hattest, kommen die Erinnerungen daran nicht immer wieder auf? Unsere Gedanken haben unfassbare Kraft über unser Wohlbefinden. Deshalb kann sich manch einer einreden, er wäre der klügste, beste Mann der Welt, obwohl nichts dafür spricht. Während sich manch anderer einredet, er wäre der dümmste, schlimmste Mann der Welt, obwohl nichts dafür spricht. Es ist schwer, diese Gedanken einzufangen, zu betrachten und zu verstehen und vielleicht auch wieder loszulassen. Aber es ist möglich. Nur eben nicht, wenn wir im Sprudel der Schnelllebigkeit und Ablenkungen gefangen sind. Etwas, wovon wir eben oft nur eine Pause kriegen, wenn es nicht anders möglich ist. Wenn wir unter der Dusche stehen und eine einfache Tätigkeit ausführen, von der wir uns nicht abwenden können. Dann endlich hat unser Gehirn mal wieder Zeit, sich zu ordnen, zu entfalten und auszugleichen. Es ist da wirklich ein Wunder, dass völlig Neues entsteht, was uns sonst im Leben nicht oder kaum begegnet. Wenn es keine Fahrstühle gäbe, würden die Büros der Chefs als Statussymbol im Erdgeschoss liegen und nicht ganz oben. Wir gehen nicht wiederholt zurück zum Kühlschrank, um darin etwas Neues zu finden. Wir testen nur, ob sich unsere Ansprüche heruntergesetzt haben. Hast du Angst davor, allein im Dunkeln zu sein? Oder hast du Angst davor, nicht allein im Dunkeln zu sein? Das klingt jetzt natürlich leicht unanständig, aber kannst du dich überhaupt noch selbst stimulieren? Denk mal zurück an deine Kindheit. Da war ein Stock ein Schwert. Die Regentropfen am Autofenster sind rennen gelaufen. Im Fernsehen lief nur das, was gerade im Programm war. Und wenn dich nichts interessiert hat, musstest du halt ein Buch zur Hand nehmen oder rausgehen oder etwas anderes machen. Kreativität war ein probates Mittel gegen Langeweile. Manchmal war es das einzige Mittel. Und ja, selbst ein Buch zu lesen, was ja eigentlich auch mehr konsumieren ist, verlangt ja etwas von dir. Ein Song oder ein Video kann nebenbei laufen. Nicht so witziger Funfact. Kreative hinter Filmen und Serien bekommen manchmal von den Verantwortlichen bei Netflix und Co. das Feedback, dass etwas nicht Second Screen kompatibel ist. Das heißt, wenn jemand nebenbei noch an einem zweiten Bildschirm wie einem Smartphone hängt, kann er den Film oder die Serie nicht mehr verstehen. Und das ist schlecht. Angeblich. Ich würde jetzt gerne eine Wutrede darüber starten, was das mit der Qualität unserer Medien macht, aber das hebe ich mir für die Dusche auf. Kreativ zu sein und Kunst zu konsumieren ist eigentlich ein natürliches Bedürfnis. Und doch ist es heute etwas, was uns nicht mehr in den Schoß fällt. Stattdessen wird passives Verhalten gefördert. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Ausnahmen. Es ist ja nicht so, als wären Menschen nicht mehr kreativ. Aber so die generelle Tendenz ist nicht gerade gut. Sie ist aber auch nicht völlig neu. Philosophen, Autoren und Menschen aller Art sind fasziniert von der Rückkehr zum Ursprungszustand. Wer sind wir, wenn wir keinen Erwartungen entsprechen müssen? Was erreichen wir, wenn wir der Natur näher sind? Wie fühlen wir uns, wenn wir alle Reize verschwinden lassen? Ralph Waldo Emerson ist derjenige, über den fast jeder Suchende stolpert. Seine Essays über die Menschen und die Natur hat er in den 1830ern geschrieben. Doch sie scheinen heute noch so relevant zu sein wie damals. Zitate wie, nimm das Tempo der Natur an, ihr Geheimnis ist Geduld. Oder, ein Mann ist das, woran er den ganzen Tag denkt. Werden gerne, ironischerweise, auf Social Media verbreitet. Und wer über Emerson stolpert, der landet auch bei Henry David Thoreau. Sein Buch Walden handelt vom einfachen Leben in einer Hütte im Wald. Er sah darin die einzige Möglichkeit, das Leben wirklich in all seinen Facetten zu spüren. Das Leben in seiner Grundstücke zu zerbrechen und ganz ungeschön zu betrachten, ist auch heute noch ein Bedürfnis vieler Menschen. Die Geschichte von Christopher McCandles, auch bekannt als Alexander Supertramp, faszinierte Menschen so sehr, dass es nicht nur ein Buch zu ihm gibt, sondern auch einen Film. Ein ähnlicher Titel ist Wild, der große Trip, ebenfalls als Buch und als Film erschienen. Das sind natürlich Extrembeispiele von Menschen, die wirklich so wenig wie möglich Zivilisation spüren wollten, um sich dann selbst zu finden. Aber in gewandelter und gedämpfter Form gibt es das auch durch Minimalismusbewegungen, die Rückkehr zu buddhistischen Lehren oder auch im Campervan-Boom. Wenn du die Menschen fragst, warum sie freiwillig auf Luxus oder Besitz verzichten, dann klingen ihre Antworten in der Regel so. Ich gebe vielleicht Hab und Gut auf, aber ich gewinne Freiheit. Es ist ganz unterschiedlich, was heutzutage alles aufgegeben wird, um mehr Klarheit zu finden. Smartphones, fließendes Wasser, verarbeitete Lebensmittel, Beziehungen. Und wenn es nicht gerade getan wird, nur um guten Content zu produzieren, dann ja, lässt es sich oft herunterbrechen auf den Wunsch, länger unter der Dusche zu stehen. Frei von Einschränkungen, die das Denken und Fühlen behindern. Frei zu wandern. Obwohl es nun den einen oder anderen Umweg brauchte, um hierher zu kommen, ist eigentlich nichts davon überraschend. Es wird wohl kaum jemanden geben, der dieses Video schaut und sagt, in der Natur zu sein oder den Geist wandern zu lassen, wäre krank oder falsch. Aber dann muss die Frage erlaubt sein, warum so viele Menschen auf dieses grundlegende menschliche Bedürfnis verzichten. Wir denken nie daran, wie schön sich eine freie Nase anfühlt, bis sie mal wieder verstopft ist. Wer wegen nicht gezahlter Steuern ins Gefängnis geht, lebt anschließend von Steuern. Das letzte Foto, das von dir gemacht wurde, würde mit hoher Wahrscheinlichkeit deutschlandweit verbreitet werden, falls du spurlos verschwinden solltest. Der Hauptgrund dafür, dass unsere Gedanken seltener wandern dürfen, ist offensichtlich die permanente Beschallung mit Eindrücken und Ablenkungen. Aber dort aufzuhören, wäre irgendwie zu einfach. Ja, die Welt ist halt laut. Was sich nicht unbedingt nur auf Geräusche bezieht. Nur ist das ja gewollt. Es gibt ein unfassbares Ungleichgewicht zwischen Konsumenten und den Unternehmen, die ihre Aufmerksamkeit wollen. Auf der einen Seite stehen Menschen, die ihr Leben leben und dabei Stress spüren und Rechnungen zu zahlen haben, die sich Sorgen machen. Auf der anderen Seite stehen Menschen, deren Job es ist, sie so gut es geht zu manipulieren. Das soll jetzt beim besten Willen nicht in die Richtung von Verschwörungen abdriften. Weil das muss es auch gar nicht. Eigentlich ist es ein offenes Geheimnis, dass Manipulation Teil des Alltags ist. Nestle, Meta, Amazon, auch YouTube, die stellen ja ihre Marketing-Experten nicht ein, um freundlich anzufragen, ob ihre Produkte und Dienstleistungen vielleicht für jemanden interessant wären. Sonderangebote, hübsche Menschen in Werbungen, die Angst, etwas zu verpassen, Farbauswahl, Musikauswahl. Auf der einen Seite sitzen Menschen, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem befassen als damit, wie sie jemanden zu einer Handlung oder auch Nichthandlung bewegen können. Und auf der anderen Seite sitzt du. Dieses Ungleichgewicht ist keine Überraschung, aber es ist etwas, wogegen man sich nur sehr schwer wehren kann. Weshalb es eben viele einfach ignorieren oder so tun, als wären sie nicht betroffen. Wir wollen uns als selbstbestimmte, mündige Bürger sehen, die sich eben nicht manipulieren lassen. Aber wer im gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte und somit nicht völlig aussteigt, der ist eben nicht immun. Sorry, wenn du glaubst, du wärst ja die Ausnahme, weil du alles durchschaust, dann hast du nur noch nicht genau hingeguckt. Ist die Lösung also einfach auszusteigen? Für einige ja, aber für viele nicht wirklich. Das schreckt nämlich auch ab, dass viele Alternativen sehr extrem wirken. Menschen, die in irgendeiner Form außerhalb der Gesellschaft leben wollen, oder die auch nur kleine, nicht vorher mit dem sozialen Umfeld abgesprochene Veränderungen vornehmen, die stoßen auf Gegenwehr. Wer sich nicht totschuften will, der ist ein Sozialschmarrerze. Wer keine Kinder kriegt, ist selbstsüchtig. Wer nachhaltig leben will, der ist ein naiver Gutmensch. Es gibt ganz, ganz viele Wege, um aus dem Trott auszubrechen und wieder mehr Verbundenheit zur Umwelt und auch zum eigenen Ich zu spüren. Aber niemand fördert das. Nicht die Schule, nicht das soziale Umfeld, definitiv nicht die Medien und schon gar nicht die vielen Unternehmen, die nach deiner Aufmerksamkeit lächzen. Die Folge ist, dass der freie Wille, mit dem du entscheidest, was dein Geist anregen soll, dir verloren geht. Mir auch. Algorithmen, Werbung und der soziale Druck sind die Herrscher der Neuzeit. Und in dieser Zeit gehört zu den wenigen sicheren Orten nun mal deine Dusche. Dieser vermeintlich antiproduktive Teil deines Tages, bei dem du nur etwas abarbeiten und erledigen musst, ist in Wahrheit wichtiger als so vieles, was uns als bedeutsam verkauft wird. Brauchst du Nahrungsergänzungsmittel, Entspannungskurse, einen weiteren Streaming-Dienst, ein Business-Coaching, die große Liebe, ein neues Auto, Abonnenten? Oder brauchst du eigentlich nur die Freiheit zu denken und zu fühlen? In einer Zeit, in der wir alles haben können, ist nichts zu brauchen ein revolutionärer Akt. Selbst dann, wenn es sich nur um wenige Momente handelt, in denen wir uns so fühlen. Nichts von all dem, was hier besprochen wird, bedeutet, dass nur ein Leben in einer Hütte im Wald Erfüllung bringt. Es geht nicht darum, Netflix zu verteufeln oder nie mehr von einer Werbung zu einem Kauf motiviert zu werden. Aber Duschgedanken lassen sich hervorragend sammeln. Sie werden voneinander angezogen. Ein einsamer Duschgedanke steht auf verlorenem Boden und ist vielleicht einen Tweet wert. Aber wenn sich mehrere zusammenfinden, entsteht eine Bewegung. Immer mehr Gedanken lassen sich finden, bis sie irgendwann keine seltene Ausnahme mehr sind, sondern zum Leben dazugehören und an der Stelle sitzen, wo vorher sinnlose Ablenkungen und Konsum standen. Sie finden sich dann nicht mehr nur unter einem Wasserstrahl wieder, sondern auch beim Kochen, beim Spaziergang, beim Tanzen in der Wohnung oder an einem zufälligen Mittwochnachmittag, an dem man sich auf den Boden legt und an die Decke starrt, bis die Welt nicht mehr so laut erscheint. Bevor ich noch drei Duschgedanken zum Abschluss bei dir lasse, noch schnell ein Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und natürlich wie immer auch vielen Dank an meine treuen Patreon-Unterstützer, die all das hier am Laufen halten und auch dafür sorgen, dass ich mich traue, Themen wie Duschgedanken überhaupt anzusprechen, ohne zu wissen, ob sich irgendjemand dafür interessieren wird. Du hast noch die Chance, der älteste Mensch der Welt zu werden und diesen Titel könnte dir in diesem Leben keiner mehr nehmen. Die Empfehlung von 8 Stunden Schlaf pro Nacht bedeutet auch, dass uns empfohlen wird, vier Monate eines Jahres zu schlafen. Ist das Geräusch unseres Weckers nicht praktisch, sowas wie ein Titelsong unseres Lebens, der jeden Morgen eine neue Folge startet?